Hallo zu einer neuen Folge Custom Quest. Gestern waren wir ja hier zuletzt tätig und haben einfach unsere Schwester verloren gegen einen komischen Goblin. Das war schon richtig gemein. Und nebenher haben wir natürlich diesen komischen Polizist-Knollkopf, der eigentlich eine Frau ist. Das ist sehr... Da steht es ja nochmal. Äh, Entschuldigung, ich muss aber nur durch einen... Äh, Entschuldigung, ich muss nur durch eine Art Notfall... Also... Du kannst hier nicht durch, Kleiner. Du siehst diesen schrecklichen Unfall? Lass dir das deine Lektion in Sachen Halloween-Sicherheit sein, Polizistin. Nicht Calls. Nicht Scholls. Merkwürdig geschrieben. Aber gut, es ist eine Sie. Kann ich mich immer noch nicht anfallen. So, und heute werden wir mal erfahren, was sich hinter dem schwarzen Tor befindet. Wirklich, das weiß ich noch nicht, aber mal gucken, was uns hier so erwartet. Ja, es gibt auch noch ein Menü irgendwo, wenn ich das finde. Genau, wenn wir auf Dreieck drücken. So, unsere Aufgaben, aktive Aufgaben. Aubren Pines. Willkommen in Aubren Pines. Süßigkeiten gesammelt in 2 von 20 Häusern. Aha, also müssen wir hier noch ein paar Süßigkeiten sammeln. Suche nach Vren, also unserer kleinen Schwester. Finde mehr über die unheimliche Hexe heraus, die mein Kostüm gestohlen hat, welches ich mir bereits wieder gebaut habe. So, auf Schutz programmiert. Rüpel tyrannisieren die Schwachen in Aubren Pines. Jemand hat, muss sie aufhalten. Wenn nicht du, dann halt wir. Benutze die Schubfähigkeit meines Roboter-Kostüms, um schneller als Travis zu sein. Ja, das wollte ich ja gerade. Hatten wir eigentlich gemacht, aber da kam nichts bei rum. Vielleicht müssen wir das nochmal machen. Vielleicht müssen wir ihn hauen. Hey, hey, ich bin der Schläger. Das ist dieser Stadt. Klau mir nicht meine Süßigkeiten. Ich hau dich noch viel öfter. Batsch auf die Porte, Brücken, Po und so. Ich bin nicht für Sicherheit programmiert. Oh Mann, ich hasse Nervensegen. Lauf! Ich werde dich zuermanschen. Lauf! Ähm, wohin? Oh, Skateboard Franz. die tue 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 war er da lang zum glück weisen uns die kinder einen schönen weg mögen ihn wohl auch nicht diesen schläger travis wie er der mann der wäscher im märz e trelle ist das polizisten abgeben treff ist was geht hier vor sich es ist wieder zeit nein nein ich hatte gerade diese typen erwischt halte ein lügenmaul treffes und lasst die kinder in ruhe aber bitte nicht ich bin auch nicht mehr böse wenn sie nicht ich kann ganz schnell nein wir werden ihn nicht einbuchten sagte sie denn es geht in halloween mehr darum die kinder zu erschrecken die straße ist frei zeit dieses große schwarze monster tour aus allen den angeln zu nehmen everett oh mein gott das war so irre wie hast du das gemacht hast du ihm einen ermüdungs zauber verpasst oder einen unsichtbar kreis gletscheren wind gletscher wind was er war das ist ich weiß nicht was der kerl gedacht hat es scheint er hat keine ahnung wie schnell roboter sind gerade wenn sie rollschuhe haben oder wie gut die ritter hieber weg stecken hihihi ja das ist ziemlich ein ziemlich tolles kostüm das du da hast danke deins auch sollen wir tauschen hm ich bin mir nicht sicher lass es mich mal anprobieren halte er zwei gedrückt um das kostüm zu wechseln ah und dann müssen wir nach unten drücken dann haben wir ähm unten und x unsere kostüme sind beide unglaublich spätzer wir sollten uns zusammenhalten zusammen tun ich habe eine aufgabe zu erledigen ich muss meine schwester vor den monstern retten ich wette du hast die monster bemerkt äh ich helfe dir bei der aufgabe aufgabe erfüllt du bekommst 300 erfahrungspunkte dafür dein geschild äh dein schild gefällt mir danke ich habe ihn gemacht weil ich dachte travis würde steine nach mir werfen stattdessen hat er aber angefangen mich zu boxen naja dann wäre ich wohl eher so ein ganz plüsch sumo kostüm wollte ich egal hey ich habe dich nicht dabei gesehen wie du im zimmer des physiker lehrers zu mittag gegessen hast ach äh daher kenne ich dich ah du bist einer der neuen zwillinge die letzte woche neu auf unsere schule gekommen sind stimmt's ja hi so lernt man leute kennen man das ist eine harte nummer du bist neu hier und noch ein klon äh ich bin das original und ich habe keinen klon ich habe einen nachmacher was ist denn mit deinem zwilling passiert wurde von monstern entführt und das ist ein idioten angriff oder was ja der klugscheißer everett sieht so aus als könnte der abend lang werden jup dann besorgen wir uns besser noch mehr süßigkeiten denn mein neuer zucker süßen ähm mein zucker süßes süßes bäuchlein schreit gerade dazu jede menge zucker in sich aufzunehmen so hier kann man nichts machen außer die wippen zu schlagen ah da ist nochmal kampfmarken dann bekommst du deine kampfmarken das ist saddy hey du warum verziehst du dir ein kostüm nicht mit ein paar kampfmarken also verzieren tausche deine süßigkeiten gegen kampfmarken schütze dich in den kampf und kaufe marken bekämpfe monster mit marken frag mich wie lass die monster nicht gewinnen kaufe auch noch heute kampfmarken ich mache keinen kampf bring marken und in den kampf zeig ihnen eine harke nutze deine kampfmarke du hast gut gemacht marken in den kampf gebracht gib nicht auf mache einen markenkauf süßigkeiten machen dick doch marken bist du schick mit marken bist du schick kampfmarken dann kauf sie jetzt hier bekommst du deine kampfmarken hey du warum blablabla das hatten wir ja schon jetzt muss ich nicht alles vorlesen hey hey könntest du bitte mit dem Geschrei aufhören deine ganze kampfmarken geschichte habe ich schon beim ersten setz verstanden ja wir müssen konzentrieren wir bekämpfen monster in diesem langweiligen kostüm unsere kostüme sind klasse ja nur zu deiner information wir haben damit schon den ganzen abend langen monster bekämpft ich meine ja nur dass sie ein wenig pep vertragen könnten ein bisschen wow oder ein bisschen rupee etwas veränderung interessant äh an etwas veränderung interessiert hängt davon ab was es kostet und was äh was uns das kostet nur ein paar süßigkeiten ein kleiner preis für echte kampfmarken äh äh was genau machen diese kampfmarken denn gut dass du fragst bitte schaut euch in meinem menü der spezialitäten des heutigen abends mal an ah was haben wir denn hier sentys markenladen schwarze katze bietet eine chance feindliche angreifen auszuweichen also ist das eine briefmarke die wir uns aus unser selbst gedesigntes kostüm klatschen können aha die kostet uns 175 bonbons aha und hier haben wir den wolfzahn erhöhte angriffskraft klingt nicht schlecht ich weiß gar nicht wie viele haben ah da unten links 207 ähm machen wir mal das ich weiß man noch nicht wahrscheinlich hilft uns das nachher im kampf vermute ich jetzt mal ich weiß nicht was wir sonst noch machen können ja das haben wir jetzt mal gekauft ähm ach das können wir direkt ausrüsten ist auch sehr schön gemacht das menü hier mit den stickern und dem notizblock so erhöhe die zahn dann ach so ah je nachdem wo wir drauf tun auf x geben wir das dem reynold oder auf 4 geben wir es dem ähm Everett aber wir bleiben jetzt erstmal bei unserem hauptprotagonisten dem reynold ja so so also brauchen wir hier noch jede menge bonbons hä ein pirat Arr freundpirat Arr du hast mich gefunden ich spiele verstecken mit meinen Freunden möchtest du mitspielen? wenn du uns alle 6 findest bekommst du einen Preiss gut das war jetzt nicht so ne kindliche Stimme aber Aufgabe hinzu äh gefügt finde alle versteckten Kinder ähm finde alle 6 Kinder die sich in Auburn Pines versteckt halten und hier haben wir noch ein bonbon wo die hier überall rumliegen wahrscheinlich hier auch noch ja selbst in der Tonne neben ihr boah boah Alter wir können ja hier alles alles ist ja hier mit Bonbons gefüllt hier ist Diabetes ja schon in den frühesten Stadien vorprogrammiert möchte ich ja sagen hehehe hallo Prinzessin bitte meine Kleidung nicht anfassen es ist heil ah danke Claire werde ich auch nicht machen so was sind das jetzt hier Frau Lenkoch Frau Butter Pam lustiger Name es wird Zeit dass die Kinder freiwillig mithilft die Küchenverkauf in der Schule zählt auf euch eigentlich Frau Butter Pam müssen wir an ihnen vorbei damit wir bei diesen Häusern Süßigkeiten sammeln können und damit dieses große Tor Unsinn diese Süßigkeiten können warten ich brauche Hilfe bei den Kuchen sonst müssen wir den Sportunterricht streichen what the kein Sport mehr supi wie kannst du es wagen so respektlos über deine Reaktion zu sprechen über deine Reaktor Reaktorin zu sprechen Montagmorgen erscheinst du in meinem Büro oh bitte nicht bitte nicht meine Mutter wird mich umbringen wenn ich schon wieder zu ihnen kommen muss gibt es irgendwas was das wir tun können damit Everett keinen Ärger bekommt Frau Rektorin äh Rektorin ja ja ihr könnt mir eine Zutat für den Kuchen besorgen beeilt euch bevor es mir anders überlege und euch beide am Montag nach sitzen lasse voll ein Kugel rund Aufgabe hinzugefügt finde Kuchen für Butter heiße Kuchen im Angebot hier sind auch amerikanische Apfelkuchen und Kürbisse wir helfen der alten Schrulle nicht wirklich oder wir müssen es tun sonst kommen wir an ihr nicht vorbei und können keine Süßigkeiten sammeln um das Tor zu öffnen ach ja uch wer bist denn du wow Geschwisterliebe muss eine mächtige Sache sein nein ich will nur kein Hausreist ok denken wir nach was wäre gut für eine Zutat für Kuchen es darf kein Kürbis und kein Apfel sein was zu Halloween relativ schwierig ist so was ist denn das hier für einer Elmon sammelt Halloween Kuchen und ich brauche nur noch einen Plub für meine Sammlung ich geb dir eine seltene Karte dafür ein ich muss um meine Sammlung kümmern aber ich sag dir wenn ich Doppelte habe Elmon toll super ja hier sind jede Menge Charaktere so hier haben wir nochmal Bonbons ups was haben wir denn hier Schönes hey Kinder ihr seid in großer Gefahr endlich ein Erwachsener der sieht was hier vor sich geht aber immer heute werden wir angegriffen von Zucker ist das der Spitzname für eines dieser Monster Zucker ist das größte Monster von allen es lässt eure Zähne verrotten sorgt bei euch für Pickel und macht euch dick und dann habt ihr so eine spitzige spitze Nase die wie ich hab wenn ihr das nicht macht einen Moment mal äh einen Moment mal und deshalb bin ich heute hier und mache Werbung für gesundes Essen also meidet McDonalds oder sonstiges Zucker überlagerte Waren und Nahrungsmittel und zwar mit dem klassischen Spiel Apfeltauchen möchtest du möchtet ihr spielen? nein! klasse fangen wir an hey ich hab nein gesagt schnappt euch so viele Äpfel wie möglich bevor die Zeit abläuft grüne Äpfel sind selten und mehr Punkte wert als rote ach und ich kaufe nur Bioprodukte achtet also auf Würmer und andere Parasiten was? los! viel Spaß! Aufgabe 1 zugefügt Apfeltauchen so jetzt müssen wir Apfeltauchen machen jamm 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 äh einen grünen Apfel zack rechts da haben wir einen Apfel rot da haben wir einen grün da haben wir einen grün und da haben wir nochmal einen grün ah ne da ist ein Würmchen drin nehmen wir den roten komm den roten kriegen wir den roten kriegen wir komm gleich haben wir es geschafft yeah gewonnen mit 20 Äpfeln und haben wir grad hier etwas unter der Hälfte haben wir hinter uns gelassen das war erstaunlich du hast mehr Äpfel erwischt als ein Lehrer am ersten Schultag was haben wir also gewonnen? Süßigkeit was? Wahnsinn! Moment! ist das ein Trick? du wolltest nicht Werbung für Zahnpflege machen? natürlich! deshalb bekommt er süße Belohnung damit ihr euch besser an eure Lektion erinnert das nennt man positive Verstärkung Bonbons! 20 Bonbons! kommt jede Zeit wieder ach komm mach mal noch ne Runde soweit ich nämlich noch weiß gibt es nämlich da 3 Hunden die wir machen können ich ich würde gerne mehr über gute ich würde gerne ich würde gerne mehr über gute Zahnpflege erfahren nun dann bist du hier richtig legen wir los und sammeln wir da ein paar Äpfel da lernen wir natürlich wie beim Zahnarzt immer gute Pflege unserer Zähne da sagt man auch tauchen nach einem Apfel so in den einen Runden kriege ich da hinten nicht dann sammle ich hier mal ein bisschen was ein hui! und hier und zack jetzt muss man sogar 25 Punkte kriegen ah nein Mist kacke so und hier links dann nehmen wir noch mal den roten da oben und den Apfel da und ah geschafft 27 zwei mehr als er wollt ich glaube jetzt brauchst du ein Jahr lang nicht mehr zum Zahnarzt und was haben wir dieses Mal gewonnen? noch mehr Süßigkeiten kennst ja mentale Verstärkung du hast 50 Süßigkeiten bekommen viel Sinn da gibt das nicht aber ich mag dich ja so und in der nächsten Folge geht's dann weiter also bis morgen und tschüssi und nicht zu viele Bonbons essen sondern in der Event daswolumen aufwf gleich ich in der